Kettensäge sind nicht dafür gedacht, Ketten durchzusägen, auch wenn sie Kettensägen heißen. Diese Ironie ist mir ent... Ja, mir auch. Ja, hier, darf ich mal, oder was? Ich fall einfach nur da, weißt du? Ja, ich muss auch mal den Chat voll, jetzt halt mal deine Boschen. Ähm... Ganz ruhig, ganz gut. Ähm...